Du suchst nach dem perfekten Thumbnail? Mit der Funktion für Thumbnail-Tests und Vergleiche kannst du deinen Zuschauern bis zu drei Video-Thumbnails präsentieren und so herausfinden, welche Variante sie bevorzugen. Und so funktioniert's! Berechtigte Creator können die Funktion in YouTube Studio auf dem Computer für neue oder vorhandene Videos ausprobieren. Gehe auf der Seite Videodetails auf Thumbnail und wähle die Option Testen und Vergleichen aus. Hier kannst du bis zu drei Bilder hochladen, um zu sehen, welches deine Zuschauer bevorzugen. Klicke dann auf Fertig! Thumbnail-Tests sind nur für öffentliche Videos im Langformat verfügbar. Der Test beginnt, wenn du dein Video veröffentlicht hast. So funktioniert der Test. YouTube präsentiert die unterschiedlichen Thumbnails gleichmäßig auf deine Zuschauer verteilt. Das Gewinner-Thumbnail ist am Ende das mit dem größten Anteil an Wiedergabezeit. Du kannst jederzeit nachsehen, wie der Test läuft. Klicke dazu auf der Seite Videodetails auf Testbericht ansehen. Hier siehst du, wie lange der Test noch läuft und wie die Thumbnails performen. Du kannst den Test auch abbrechen und einfach selbst ein Thumbnail als Gewinner festlegen. Wenn du den Test laufen lässt, kann es einige Stunden oder auch ein paar Wochen dauern, bis die Ergebnisse feststehen. Die Dauer hängt auch davon ab, wie ähnlich sich deine Thumbnails sind. Je mehr sie sich unterscheiden, desto schneller ist der Test beendet. Ein weiterer Faktor sind die Videoaufrufe. Je mehr Thumbnail-Impressionen dein Video erhält, desto schneller wird der Test abgeschlossen. Anschließend kannst du dir im Testbericht die Ergebnisse ansehen. Bei einem statistisch signifikanten Ergebnis wird der Gewinner gekennzeichnet. YouTube legt den Gewinner automatisch als Video-Thumbnail fest, wenn der Test zu Ende ist. Eventuell wird ein Thumbnail auch als bevorzugt gekennzeichnet. Dann waren die Ergebnisse zwar statistisch nicht signifikant, aber es gab ein Thumbnail, das etwas besser abgeschnitten hat als die anderen. Wenn es keinen eindeutigen Gewinner gibt, wird das erste Thumbnail veröffentlicht. Am Ende entscheidest aber natürlich immer du selbst. Du kannst jederzeit einfach manuell ein Video-Thumbnail auswählen. Oder du führst einen neuen Test durch. Dann wird allerdings der vorherige Test gelöscht. Gehen wir noch ein paar Hinweise und Best Practices zur Test- und Vergleichsfunktion durch. Thumbnails müssen unseren Community-Richtlinien entsprechen. Die Funktion gibt es daher nicht bei Videos, die als speziell für Kinder oder nur für Erwachsene gekennzeichnet sind, und auch nicht bei Livestreams. Gute Thumbnails haben noch einen anderen wichtigen Zweck, als Zuschauer zum Klicken zu bringen. Ein Thumbnail soll Zuschauern zeigen, worum es im Video geht, damit sie nicht für sie uninteressante Videos anklicken und ihre Zeit verschwenden. Am Anfang testest du Thumbnails am besten bei ein paar älteren und dann bei einer Auswahl neuerer Videos. Nimm dabei Videos, bei denen du glaubst, dass sie dir nützliche Erkenntnisse für deine Content-Strategie liefern werden. Außerdem solltest du verschiedene Thumbnail-Varianten testen, die sich in ihrem Layout und auch in Elementen wie Hintergrund, Text-Overlays und der Platzierung von Objekten unterscheiden. So kannst du herausfinden, was am besten ankommt. Hier noch ein paar Tipps. Achte auf eine ausgewogene Bildkomposition mit einem guten Blickfang, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Setze auf hohen Kontrast, damit sich das Motiv im hellen und im dunklen Modus vom Hintergrund abhebt. Ist im Thumbnail ein Gesicht zu sehen, sollte die Emotion stimmen. Der richtige Gesichtsausdruck kann beeinflussen, was Zuschauer empfinden, wenn sie das Thumbnail sehen. Beim Text gilt wie so oft, weniger ist mehr. Zu viel Text kann beim Scrollen schnell überfordern. Und für eine wirkungsvolle Schärfentiefe solltest du auf den Hintergrund achten und mit Leerraum spielen. Also lass dir beim Gestalten und Auswählen perfekter Thumbnails unter die Arme greifen, damit deine Videos häufiger angeklickt werden. Weitere Infos findest du über die Links unten. Danke fürs Zusehen!